An diesem Abend landeten insgesamt 142 Flugzeuge auf den neun Flughäfen des Landes. Welche ist die größte Zahl k, so dass wir mit Sicherheit sagen können, es gibt einen Flughafen, auf dem mindestens k Flugzeuge gelandet sind. Wir stellen uns die Situation so vor. 142 geteilt durch 9, das macht 15,7 Periode und 15 mal 9, das ergibt 135. Die Zahl ist kleiner als 142, also können wir auf diese neun Flughäfen jeweils 15 Flugzeuge landen lassen. 135 plus 7 macht 142. Also bleiben noch sieben Flugzeuge, die verteilen wir auch gleichmäßig auf diese sieben Flughäfen. Also ist die Zahl k, die wir suchen, 15 plus 1, das heißt 16. Und demzufolge ist Antwort b die richtige.